Auch wir von der Firma Boister, Augenoptik und Hörakustik, werden an der diesjährigen Shopping-Nacht teilnehmen. Wir haben uns diesmal etwas ganz anderes einfallen lassen. Wir wollen für unsere Bürger und Kunden eine scharfe Linsensuppe kochen. Das heißt also diesmal scharfe Linsen zum Essen und werden also kein Obolus dafür erheben, sondern wir würden Sie bitten, eine kleine Spende zu geben. Das leiten wir weiter ans Kinder- und Jugendheim in der Rudolf-Breitscheid-Straße und werden das vielleicht dann auch noch ein bisschen aufrunden. Neben dem haben wir natürlich auch diverse andere Rabattaktionen vorbereitet. Wir freuen uns auf Sie. Herzlich willkommen! Musik 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 Musik